07.03.2013 Schauen wir uns mal an. Hier geht es recht hoch. Zweiter Gang. Was ist hier denn los? Wir machen mal rechts rum. Wir haben alle zufrieden mit mir hier. Was ich auch bei so schönen Filme. Aber schon 50 Mal bald. Klapp, ne? Bibiet heißt das immer hier. Und tschüss.